Der Vorgang ist in der Bundesregierung eng abgestimmt. Die Anordnung bezieht sich auf Anteile der Gazprom Germania GmbH. Die Anordnung wird noch heute dann am späten Nachmittag im Bundesanzeiger veröffentlicht. Mit der Anordnung setzt mein Ministerium gemäß § 6 Außenwirtschaftsgesetz die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhändlerin für Gazprom Germania Gruppe ein. Die Anordnung der Treuhandverwaltung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Der Schritt ist zwingend notwendig. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung.